also spät gegen die ukraine ja und der geschätzte kollege das war aber jetzt mal schon das schaffte doch nicht sein ukrainischer also wirklich das muss er machen hat die chance erlebt in im tor erinnern sie sich mal schon wieder haben wir gegen real das kann nicht sein wir waren gerade noch zwei da von dem büros der spielstand der zweiter sie haben gerade gegen inter verloren mönchengladbach gerade 1 zu 0 gegen inter mailand die gäste haben die gruppen sieger schon sicher ja und das kein wunder so wie sie bisher aufgetreten sind richtig gute spiele bisher ja ich glaube jetzt sind sie noch vierter das wird gesehen gegen die mannschaftlich schwälen er schattet doch nichts ist der vierte mit vier punkten davor und ich hab jetzt ein glatt war mit sieben punkten und dann kommt hinter mit sechs du hast halt immer auch zwölf also kann ich das jetzt entscheiden wer du weibst schon weiter aber ja das ganze scheinbar weiterkommen du bist ja eh schon weiter du musst ja mit dem glatt auch so weiterkommen diese zweite aktuelle fühlen ja auch um im Parallelspiel gegen inter mailand also kommt er sich weiter mit zehn punkten nun zu zweiter also eigentlich kannst du es nicht anscheinbar weiterkommt vorne es wird ein schacht der donnax wenn du sie gewinnen lassen würde es noch eine chance geben die ja ich kann sagen die können der könnte ist wenn du sie gewinnen lässt in der chance geben aber wer wir schon das gegner gegen gewinnen lassen bloß weil man schon safe weiter ist ne ja man versucht trotzdem wenn man das besser die schuld auf den konter das ist schwach zuspiel kommen die holt sich den Ball im eigenen 16er mhm die mein Shit wieder wegmachen mhm mhm es wird ja auch kein sinn machen sie nicht zu machen na die ueva verdient sich mit solchen wettbewerben eine goldene nase und auch die vereine verdient sich dumm und dämlich wenn sie an solchen wettbewerben dabei sind das ist ja auch der grund warum man inzwischen der nächstes liegt macht die nationalmannschaften abseits von test und quali spielen dritten wettbewerben im WM und EM haben in europa da geht es auch noch um kohle die man dafür wieder einnehmen kann mhm da ist die Chance gut aufgebaut von Tolta den Ball hat er um 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 es wird interessant aber hinter meiner müsste gewinnen um noch zweiter zu werden recht durch die rechnung soll ich recht durch die rechnung ziehen hintermailand das kannst du doch gar nicht doch das gegner team jetzt keine ahnung mit acht toren gewinnen so weißt du wie ich mein nein hintermailand müsste gewinnen um dann neun punkte zu haben ja bei borussia mönchengladbach hat sieben hintermailand 06 das heißt wenn es unentschieden bleibt hat borussia mönchengladbach 8 und hintermailand 7 ja wenn ich dachte doch nichts gewinnen wenn sie auch sieben und wer kommt weiter die ersten zwei und der letzte steigt ab wenn die europa league oder so ja ich glaube ja ich glaube ja also kannst du schaffte dann jetzt gar nicht mehr weiter bringen auch wenn du sie gewinnen lassen würdest du bist weiter und die andere beiden spielen hat darum wer weiter darf zweikampf um den ball ah ärgerlich ballverlust d d d d d d Rodrigo Super gemacht, gute Verteidigung Jetzt der Ballverlust Real Madrid mit dem Ballverlust Guck genau hin, da ist gerade ein Tor gefallen Weltklasse, ne? Mhm Ist aber auch nur Strachdätonics Mhm Ja, aber trotzdem Weltklasse Mhm Würde ich nur so gesagt haben Ja, du Nob Ne? Du Nob-Bot Ne? Halbzeit Das war Halbzeit Ja Hier steht's 4 zu 0 Nach der ersten Hälfte Das sieht gut Und du hast immer noch nicht Benzema wieder und so reingetan, ne? Du spielst immer noch mit der Billow Mannschaft mit Marvin drin, ne? Und dem Billow Torwart, ne? Dass das immer noch nicht geändert Ne? Ja, machen wir auch So, Durchgang 2, weiter geht's in dieser Partie Führung bislang für Real Finde, die haben eine gute erste Hälfte gespielt Ne gute erste Hälfte, er steht 4 zu 0 Ja Der Hechtsprung ist der Torwart aus dem Tor gefallen Ja, damit zählt das Tor natürlich nicht Oh, abseits Stepanenko Stepanenko Moares Solomon Das sieht gut aus Kein Tor Da blocken sie den Ball gerade noch ab Ich bin so an der Maschine, ne? Witz, das ist nichts für mich Nein, du bist ein Bob-Nob, ne? Jetzt ist Platz für den Konter Hast du gesehen, wie ich da durchlaufe? Ja, hab ich Boah Da gibt's erstmal Gelb für Glatzkopf Na Ja, das weiß auch Es gibt Geld extrem gut bedient Ja, glaube ich auch Yo Was? Also, so So, irgendwie So, irgendwie So, irgendwie So, irgendwie Benzema Boah Die auch? Oh, das ist eine gute Idee Oh, das ist eine gute Idee Er bereinigt die Situation Das macht er hervorragend Das zeichnet ein klasse Kiefer aus Ein echter Rücker Puuuuu Klasse, wie er das macht Holt sich den Ball Dass sie hier so deutlich vorne liegen Das hat natürlich Eine ganze Menge Mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun Das ist herausragend Ja So Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren nein kreuz die flanke machen aber da statt piatov und das spiel geht weiter vorteil hier für real real einmal hin alles drin da kriegst du auch die pepsi max im real wie die spieler auf dem feld so passiv sind die anhänger außen rum komische stimmung ja komische stimmung die matriana oder wie hat sie bezeichnet fehler matriana oder so irgendwie so die 4 matriana ja hier im donbass stadion die sind irgendwie wohl nicht mitgekommen wenn sie mal seine zuspiele sind heute sehr genau es tut sich was im brussiapark nämlich wir geben kurz ab ins studio der ball geht rein aber sie sind weiter mit welchen wir den Tag schon schön viele Tore heute 5 zu 1 jetzt wissen wir nicht was im brussiapark passiert ist jetzt weiß ich nicht wer weiter ist heute sind sie nur noch zu groß für den Gegner was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen ne das war ganz klar zu eindeutig sie haben sich hier keine Blöße gegeben ich bitte dich ne nichts gegen die Fußballspiele aber es ist nur eine ukrainische Fußballmannschaft ne zwischen denen und Real Madrid steht glaube ich so qualitativ so ein Mini-Unterschied einfach weil ne die La Liga doch schon ein bisschen bekannter ist als die ukrainische Liga ne ja das ist noch ein Eis-Torch ja ne da ja wer hätte zurückkommt nochmal heiß wird ja das ist das ist abfall ne 1 2 3 können wir zu diesem Fallpunkt wohl festhalten die Partie ist so gut wie gelaufen erneut so ein hervorragender Pass sie holen sich den Ball ich muss noch mit dem nächsten Spieler anfangen 4 Tore zu machen könnte was werden Benzema das war sehr gut Benzema kriegt heute irgendwie kein Tor würde ich naja der hat schon genug 10 Minuten sind noch zu absolvieren also dann würde er in die schöne Leiste kaputt gehen wenn du jetzt Benzema nur ein Tor macht ne dann wäre es ja 1 2 3 1 ne das wird ja zeitlich sortiert schön dazwischen gegangen Ballverlust auf jetzt eher es ist zeitlich so passt dass du mit einem spieler ist ein Tor dann die nächsten 2 Tore vom nächsten und die letzten 3 von ne wieder nächsten ne das ist zeitlich auch genauso passt ne ne das Ding werden sie nach Hause bringen die Gelegenheit für die Flanke ja ich weiß die KI rockt jetzt komplett und schießt 5 Tore erst mal keine Gefahr mehr gut gelöst kurz mal überlegen ne die KI aktiviert kurz Schieten auf einmal steht da dreht sie das Ergebnis um schnell mal Gottmund hat sich kurz jemand reingehackt und erinnert das Ergebnis klasse er lässt den Verteidiger stehen super durchgesetzt ja das ist der Torwart ne hat er fragt mich so oft im Becken wenn sie mal ganz von abwärts mal Balleruhrung ja da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis was macht er draus der passt das war richtig wenn sie mal nach unten schießen ja jetzt wird er angefiffen und dann wird abgefiffen pass auf da kommt dieses Tor noch mal Da frage ich mich, warum spielt das FIFA noch? Kann doch ein Muster sein oder so, ne? Weil Anspiel... Die stellen sich alle extra auf, nur damit der abpfeift, ne? Ja, aber das war Wahnsinn, Wahnsinnspiel. Ja, guck dir mal die Schüsse an. 5 zu 16. Digga, das ist eine Torquote von 50%. Bei 7 Toren. Und 14 aufs Tor, ne? Und 14 war direkt aufs Tor. Und ich spiel auf Weltklasse, weißt du das? Ja, es war aber noch Schacht der Tunigs. Warte mal ab, bis jetzt wieder ein großer Verein kommt.